Also eine Datenstruktur, die sehr gern verwendet wird, auch intern im PC, im Betriebssystem und so weiter, bis hin zur CPU, ist der Stack. Auch Kellerstapel Speicher genannt, wenn man ihn doch etwas komisch übersetzt. Was es mit dieser Datenstruktur auf sich hat, wie ihr ihn euch am besten merkt und vorstellen könnt, genauso wie ihr intern dann eigentlich arbeitet, von der Logik und von der Idee her, das erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Gut, zum Stack. Was wir brauchen, also das hier, das ist ein Stack. Einfach nur eine Liste, sozusagen, die Werte aufnehmen kann. In diesem Fall hat er auch eine bestimmte Größe, nenne ich zum Beispiel 10 Elemente. Ja, und so ein Stack, der hat zwei grundsätzliche Methoden. Dann einmal eine Methode Push, die Werte in den Stack hineingibt und einmal eine Methode Pop, die Werte aus dem Stack wieder herausnimmt, beziehungsweise ermöglicht, den Stack zu lesen. Die Besonderheit jetzt ist, dass dieser Stack von unten nach oben befüllt wird, aber von oben nach unten herausgenommen wird. Also genau nicht so, wie ihr an der Kasse drangenommen werdet. Also es ist keine Warteschlange, die funktioniert anders. Warteschlange wäre nach dem Motto, wer zuerst kommt, malt zuerst. In diesem Fall ist, wer zuerst kommt, malt zuletzt. Ja, also der Stack ist eher biblisch, so die ersten werden die letzten sein. Okay, genug mit der Philosophie. Das ganze Thema heißt eigentlich, oder ist vom Prinzip ein Philo, oder auch Philo genannt. Philo steht für First in, Last out. Also, wer zuerst reinkommt, kommt als letzter wieder raus. Ihr kennt das Schema auch alle, und zwar aus einem ganz alltäglichen Gegenstand, und das ist auch eine Variante, die ich euch empfehlen würde, ganz stark dieses Bild mit dem Stack zu verheiraten, oder euch versucht, das zu substituieren. Und zwar der Papierkorb. Beim Papierkorb ist es auch so, den Müll, der als erster rein kann, der ist ganz unten und kommt demnach als letztes wieder raus. Ja, also blöd, wenn ihr Sachen von vor vor hin sucht. Da müsst ihr die oberen Schichten wieder runternehmen. Also, ein Stack funktioniert vom Prinzip genauso wie der Papierkorb. Wer von oben reinkommt, also als erster reinkommt, liegt ganz unten und kommt somit auch zum Schluss erst wieder raus. Er wird von oben befüllt, oder von unten her befüllt, besser gesagt, und von oben wieder herausgenommen. So, und wer im Papierkorb hat auch ein Stack, eine bestimmte Größe und es ist relativ problematisch, wenn man mehr reingibt, als darin eigentlich Platz hat. Es macht im echten Leben ziemlich viel Müll am Boden und in der Informatik stürzt das Programm ab mit einer Argument-Out-of-Range-Exception. Natürlich ist es auch nicht so gut, etwas rausnehmen zu wollen, was nicht drinnen ist. Sprich, wenn der Stack ganz leer ist, dann wird es ebenfalls relativ kritisch. Okay, gut. Soweit zur Theorie oder zum Verständnis vom Bild her. Da sollte schon das meiste sagen, jetzt geht es ein bisschen Richtung dem Programmatischen. Was brauchen wir, um einen Stack zu bauen? Gut, als erstes brauchen wir etwas, das so aussieht wie ein, nun gut, sagen wir Array. Also, wir haben hier ein Array und was wir noch brauchen, ist etwas, damit wir wissen, wo wir gerade mit dem Füllstand sind. Also, das Array hat die größte 10, also brauchen wir den nächsten freien Platz. Dieser Pfeil, das ist so der Index, der zeigt uns sozusagen den Füllstand des Stacks an. Und wenn jetzt die Methode Push aufgerufen wird, also der Stack befüllt wird, dann kommt die 7 rein und dieser Füllstand erhöht sich und der Pfeil zeigt nun auf den nächsten freien Platz, also der Indexvariable, wenn ihr so wollt. Wenn wieder Push aufgerufen wird, kommt das Element an diese Stelle rein, wo der Füllstand gerade hinzeigt, auf das nächste freie Element, dann diese Stelle im Array wird reingeschrieben und der Index wieder weitergeschoben. Ja, das gleiche nochmal, wenn Push 3 kommt, wird an diese Stelle die 3 reingeschrieben und anschließend entsprechend der Index wieder raufgeschoben. So, jetzt kommt angenommen ein Pop. Das Pop nimmt die 3 raus und gibt den Wert 3 zurück. Aber nicht so wie hier, also stellt euch nicht vor, der Wert fehlt jetzt, denn er bleibt nach wie vor drin, denn das, was wirklich passiert ist, dass einfach nur der Füllstand reduziert wird und dadurch passiert folgendes, beim nächsten Mal wird die 3 einfach überschrieben, aber sie kommen im Allgemeinen nicht weg. Man lässt den Speicher einfach da, es wäre ja schade, um die Zeit hier extra eine 0 oder etwas reinzuschreiben. Also die 3 wird zurückgegeben und gleichzeitig hier einfach stehen gelassen, denn beim nächsten Mal, wenn Push aufgerufen wird, wie jetzt mit Push 8, dann wird die 3 einfach überschrieben und der Pointer wieder weitergeschoben. Also der Füllstand erhöht sich. Das, was ihr braucht, um einen Stack zu implementieren, ist eine Variable für den Füllstand, den Index, wo er der nächste freie Speicher ist, eine Methode Push und eine Methode Pop, jede so 2-3 Zeilen Code, nicht recht viel mehr, und die 2 Situationen, die problematisch sind, sind eben, was ist, wenn ich etwas rausnehmen möchte, sprich Pop-Aufrufe, obwohl gar nichts drinnen ist, was liefert er dann? Einen Fehler oder einfach den Wert 0 oder minus 1 oder irgendwas? Und die 2. Situation natürlich, was ist, wenn er bereits voll ist und dennoch Push aufgerufen wird? Auch dann muss man sich überlegen, was liefern wir in diesem Fall? Also beim Pop, wenn der nächste freie Speicherplatz bereits 0 ist, dann darf ich nicht rausnehmen, weil dann ist er ja ganz unten. Beim Push, wenn der nächste freie Speicherplatz an die Stelle zeigt, wie so groß wie das Rays sozusagen, also an den letzten Indexen darf ich nicht mehr weitergehen. Merkt euch, wie gesagt, das Bild des Papierkorbs für den Stack und wenn ihr noch wissen wollt, wie nicht nur der First in Last Out aussieht, sondern der First in First Out, schreibt es in den Kommentaren, dann gibt es auch dazu ein Video. In diesem Sinne, viel Spaß beim Selbstprogrammieren und wir hören uns. Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.